Also wir machen heute eine Tour, wir wissen nicht so genau was, alles zu Belgisch, aber auf jeden Fall nicht alles. Ich alles mit drin. Und was ist das, steht er ja dann selber, ne? Darius' cooler Vlog Folge 7 Guck mal, dass man jetzt ganz, ganz viele Stufen hochlaufen bis ins Whitewater kommt. Ist echt hart. Und wir haben so tolle Kleider geklickt. Weil wir sind unprobably gedressed. Besser wie nichts. Musik So, wir sind oben. Das war es auf jeden Fall wert, ne? Aber wenn man runter schaut, sieht man nichts. Weil... Pollution! Musik 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 Wir sind jetzt gerade an dem Viewpoint angekommen, aber durch das, dass da so eine Pollution herrscht, ist es, glaube ich, nur ein Point und kein Viewpoint. Wir gehen jetzt weiter. Wir haben nichts gesehen. So, wir sind am nächsten Stop angekommen. Wir gehen jetzt Cave, ähm, eine Höhle erkunden, keine Ahnung. Wir kriegen eine Lampe und dann dürfen wir da reingehen. Und danach geht's zum... Jetzt noch gleich. Bamboo Rafting, also Bambusfloß Rafting. Ich freu mich. Die Höhle ist tatsächlich riesig, aber ich kann halt auf dem Video nichts erkennen. Danke. Also wir sitzen jetzt hier auf dem Boot beim Bamboo Rafting und fahren so ganz überlegen hier durch. Ich hab was. Ein bisschen, äh, shaky. Und jetzt fahren wir zurück. Hier gibt's einen Haufen Fischchen. Grey, in all the wild shades Swimmin' my veins You took them all away There's nothing left to say Da sind wir an den Hot Springs, jetzt gehen wir gleich mal baden. Hey, hey, hey. Tonight. Hey, hey, hey. Hey, so sister, ain't that mister mister on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. So Leute, die Hot Springs waren ziemlich geil, also ziemlich warm, weil es nicht wirklich hot war warm. Aber der Trip zum Wasserfall wurde abgesagt, weil wir haben momentan kein Wasser hier, weil es ist gerade irgendwie super warm. Und ja, jetzt sitzen wir gerade noch kurz in einem Coffee in Love, das ist ganz nett hier, und es gibt eine hammerkrasse Aussicht und danach fahren wir zum Sonnenuntergang in den Canyon. Das ist ein mega-lautiger, überraschtes Wind, so fast nichts. Die waren ja alle in riesen Aufwand, aber ich bin eigentlich gar nicht so schlimm, da runter zu kommen. Es ist echt da so schlimm. Also die stehen da oben echt manchmal 15 Minuten und haben Angst, dass sie da runterfallen, aber es ist nicht so schlimm. Es geht. Und jetzt warten wir einfach mal auf den Sonnenuntergang. Keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Sieht aber schon noch aus, als wäre es eine Weile. Keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Fünf Sekunden ist die Sonne weg und jetzt schon ist die ganze Romantik vorbei. Boom! Alle stehen auf und gehen. Und so schmutzig. Ja. Geil. Da sieht es, glaube ich, gar nicht so hart ab. Naja, immerhin haben wir mit dem Popo in die Kamera gehalten. Das tut mir nicht alles wie leicht. Ja. Tönt von der Fuse. Tönt von der Fuse. Tönt von der Fuse. Tönt von der Fuse. Untertitelung des ZDF, 2020